Was machen wir denn als nächstes? Ich wollte, was wollte ich? Ich hab's vergessen. Obwohl ich eigentlich erst gestern aufgenommen hab wieder. So, warte mal. Das war einkaufende Tulpenzwiebeln. Hier muss ich noch ein bisschen was sammeln. Ey, da fehlt mir eigentlich nur noch einmal Beeren und dann hätte ich das, ne? Das Hausgemachte. Da muss ich nur wieder berichten gehen. Wir suchen einen Hund. Ich muss ja voll Rezepte jagen auf, Rezepte ausschauen, wegen den Typen hier. So! Äh, Mainquest führt mich aber grad woanders hin. Ah, die Schade ist echt schick. Jo, das gefällt mir. Ne, ne, das gefällt mir so, gell. Oh nein, oh nein, ich bin beinahe ins Wasser gesprungen. Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass Nier nicht schwimmen kann. Ba, ba, ba. Was geht ab? Ich will eigentlich aus dem Dorf grad raus, aber ich hab... Null Orientierung! War das ne gute Idee? I don't know. Okay. Dann gehen wir uns mal draußen wieder umschauen. Da haben wir heute gesetzlich begeistert. Sie haben sogar für mich gesungen. Das war toll. Ich muss üben, damit ich versuch hier singen kann, wenn er zurückkommt. Dann hier so ein Wacken-Konzert. I wanna see Riders here right now. This song is called Earth, I'm Slyther. Ba, da, 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 da. Ich kann nicht glauben, aber komm zu uns. Okay. Ich sollte aufhören, zu... Möchte Gun-Grawl machen und mich auf das Spiel konzentrieren. All die Musik, ey. Da geht mir echt dann ab. Jetzt hab ich ein Ass gefunden. Hier geht hier ein Ass ab. Was willst du? Ey. Ich schiebe dir recht, ne? Uhuhu. Der nächste kommt. Ja, da kriegst du. Ich schiebe dir recht. Was kreuzst du meine Wege? Ach du, der nächste. Sag mal, diese Fischer sind alles so aggressiv. Immer diese Fischer hier. Mach's kaputt. Moment, jetzt hast du... Wegen dir sind meine ganzen Klamotten wieder mit Blut gedrängt, ne? Silbernetz. Ich will da runter. Ich will ins Meer. Ich will schwimmen gehen. Du hast mich genauso schief angeguckt wie deine Cousins. Und Cousinen. Wir müssen hier immer gerecht gender. So. Da, 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 da. Ich glaube, die Lada-Animation variiert. Kann das sein? Chicken! Hühner. Hühner. Uhuhu. Wir haben noch einen Hühner gefunden. Die waren ja so schwer zu finden. Hast du Fass? Warte mal. Wo war denn der Kerle? Der gesagt hat, hier, heute mal. Ich hab noch ein zerbrechliches Ding für dich. Beim Brunnen im Geschäftsfeld. Das muss doch dann hier gewesen sein, oder? Ich will jetzt aber nicht lesen, dass da irgendwo steht, später zerbreche ich die Ladung 3. Wollen wir jetzt um Popular reden gehen? Schau ich nach dem Hund ausschauen. So, ich soll ja sowieso hier lang. Ach so. Dann bin ich ja auf dem richtigen Weg. Jetzt muss ich wieder husten. Was soll denn da wissen? Oh, das ist jetzt andere Lada-Animationen. Was geht ab? Spiel. Was geht ab? Warum haben wir so? Tja. Kannst du mal sehen. Ähm. Vermut mal, das soll irgendwie Poster-Vergültig sein oder sowas. Aber wenn ich mir dann die Leute anschaue bei Walking Dead, also dass wir keine gescheiten Kreaturen sind, liegt auf der Hand. Oh shit, oh shit, oh shit. Ey. Was sollen denn das? Diese Tiere sind also aggressiv. So, aber warte mal. Der Hund? Nein. Poster-Vergültig sein Hund und das Tier, strand gerne durch die Nordfelder. Also suchen wir einen Hund jetzt. Was leckt denn das heute so, äh, die Aufnahme? Was soll denn der Mist? Verlegst du mir doch ein Morschkleid, du Zipi-Klatsche, ne? Ich höre da draußen auch einen Hund, willst du den? Muss ich auch diese Brücke da hoch? Okay, wir schauen uns jetzt erstmal schnell um, ob ich diesen Hund finde. Ist das gut da draußen? Ich nehme dir gleich deinen Knochen weg. Ich bin tierlieb und ich, vor allen Dingen, liebe ich Hunde, aber der da draußen von den Nachbarn, der macht fett. Hey, ich habe den Auftrag, den könnte ich auch verfallständigen. Ich habe Bärin gefunden. Achtung, ich schläge der Wortwitz, wo ist Lutchen? Haha, nein, die Geschichte war so traurig. Zwischen den beiden macht mir keinen Spaß mit. Körb, lass it. Das sieht schon nice aus hier, mit den Fällern und der Sonne entgegenrennen. Was geht bei euch ab? Auch nichts Gescheites. Wir sammeln mal wieder ein bisschen Hammelfleisch. Wenn ich bei der Frau nämlich wieder da vorbeikomme, dann kann ich das nämlich abgeben. Ich finde es übrigens interessant, dass wir Debora's Gesang bis hierhin hören können. Mädel hat eine ausdrucksstarke Stimme. Hey, Musik könntest du ja auch echt irgendwie die Stunden lang lauschen, ne? Hundi, 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 wo bist du? Oh, ein Vogel, habe ich ja einen Adler oder sowas, oder habe ich den, habe ich noch nie gesehen. Wiss mich verarschen, da hinten ist wieder so eine Wildsau. Da finde ich doch den Hund nie mit soem, wie ich. Gepäckle, oh, ich kann nicht mehr mehr tragen. Also vielleicht von dem einen Gegenschein, oder? Ich will eigentlich nicht gegen das Schwein kämpfen. Wenn es nicht anders geht, dann bringe es. Da will ich gar nicht hin. Da fühlt mich auch gerade mein Weg nicht hin. Märchenwald, das kommt dann wahrscheinlich irgendwann später noch. Jetzt habe ich doch die Sau aufgeschreckt. Okay, bloß weg hier. Hast du wohl nicht mitgerichtet, ne? Mit diesen Sidestep-Moves. Du bist so schnell für dich, Was. Du bist so schnell, Was. Achtung, Achtung, jetzt wird er wütend. Jetzt wird er wütend. Jetzt habe ich das Schwein aber echt schneller besiegbar als beim ersten Mal. Komm her. Immer noch nicht genug. Na ja dann. Bäm, Spam, Diggedy. Habe ich nicht schmack gemacht. Wildschweinfleisch. Hilft mir trotzdem noch nicht bei der Hundesucherei. Das da drüben sieht aus wie ein Hundchen. Auf jeden Fall bewegt sich das viel anders. Ach ne, auch eine Ziege. Ich habe es echt an den Auge, ne? Der muss doch... Wenn das hier die Nerdfälle sind, dann muss doch der Hund irgendwo sein. Ich bin jetzt bald alles abgegrast. Kann ich auf diesen Schienen hier mich fortbewegen? Das wäre ja voll fetzig. Aber das müsste eigentlich nicht weitergehen, weil die Brücke kaputt ist. War das ein direkter One-Hit? Sie nannten ihn den Schlechter. Guckst du dir an. Ich mache alle kaputt. Ne, nicht mehr. Mehr woanders. Aber ich muss doch in den Karten zählen. Der hat mir jetzt kaputt, Kinder. Das war ein Fehler, das war ein Fehler. Das war ein tiefer Fehler. Warum bin ich denn da drüber gesprungen? Ich habe den Hund leider nicht gefunden. Außer er wäre hier unten jetzt. Dann wäre es aber ein blödes Hundchen. Wenn er sich bei den ganzen Schatten rumtreibt. Ach Mist, ich vergesse alles, das mit dem Blocken. Komme. Do it. Bring it. Bring it. Warum? Das ist doch nicht der hoch, oder was? Ich schaue mich jetzt erstmal kurz hin. Was ist denn los? Ach nö. Ihr Mist, wir haben den Hund umgebracht. Das werde ich euch nicht verzeihen. Ach du Scheiße. Jetzt geht's aber. Jetzt wollen sie es aber wie sie. Hier, weißt du was? Erstmal genau. Erstmal heilen. Geh, verzieh dich. Ich mach nochmal lieber die Lanze. Und ich brauche was mit Distanz. Das ist so cheesy eigentlich, wie man die ganze Zeit damit abknallt. Ich mach mich jetzt so viel. Okay. Ja, die habe ich ja gleich ausgeschaut. Die dunkle Blumen. Haha, versteht ihr? Geschlossen ist wohl. Ja, sonst liegen hier nur alte Schulbücher rum. Wenn wir wenigstens mal eine Abwechslung. Max Greude. Du magst zwar nicht, aber... Ich glaube, ich habe nie gedacht, dass ich die Frage nicht erwähnt. Ich glaube, dass ich in einem Moment in Zeit, ich könnte einfach... ...wink aus der Existenz sein. Das klingt schrecklich. Um... Say. Ja? ich habe arznei alles zu voll und warte mal da kann ich auch folgendes machen wir nehmen 1 aber heute spinnt meine tv karte wenn es gleich der ruckler gerade versucht wird möglich das bitte wird sein aber ihr kennt das ja die wollen nicht immer so schrottplatz dann bestimmt war cool über sie mir interessieren oder so zu fahren ich habe wie es da drin abgeht ja da war ich doch schon mädel du bist so langsam so kleinen moment mal ich muss hier kurz was bei meinem stuhl richten so und was soll ich jetzt hier machen ich soll mich umsehen oder was irgendwas finden ich habe vergessen was die main quest war doch jetzt weiß wieder da ist auch ein speicherpunkt hier ein briefkaste ein briefkaste was ich jetzt sie was ich jetzt geht jacob ich bin ich bin ich weiß ich weiß ich hab ich habe ein bisschen hier hier Oh, willkommen. Please, come in. What is this place? It's my shop. I'm the finest smith in these parts. Uh, usually. See, my brother and I build items from scrap we find in the junk heap. But we're a little low on supplies at the moment. The junk heap, you say? That's right. Folks say it used to be a military base. I don't know about that, but there's lots of great stuff in there. It's not exactly the safest place in the world, but we gotta eat, you know? So it's just the two of you out here? Our father died when Gideon was very young. And Mom is... She's out right now, getting supplies. But I'm sure she'll be... Mom's been gone for seven days. When's she coming back? Seven days? That's a long time. It's getting harder to find good scrap. She probably had to go deeper into the heap. So if you had the materials, would you be able to upgrade our weapons? Well, yeah, but it's really dangerous in there right now, so we... No problem. We'll go. You... you will? I want to upgrade my weapon. And besides, you need inventory for your shop, right? Well, yes, but... It's settled then. What do you need? Well, to improve your weapon, I'll need three titanium alloys. You can get them from the defense robots around the mountain. Got it. Here's a map of the complex. You're probably gonna need it. And be careful, please. It's gotten really scary in there. What do you think? I've referenced more. Of course, I'm a kleine